Warum ein verlassener Bauernhof? Heimat für viele Generationen vor mir. Woran liegt es, dass er jetzt leer steht? Ungepflegte Wiesen und Felder. Ist es tatsächlich ein Verlust, wenn niemand mehr die steilen Bergwiesen mäht und alles zuwächst? Und warum Lebensmittel von irgendwoher? Weshalb können diese oft billiger als regionale Produkte sein? Wir haben es in unserer Hand. Es liegt an dir, an mir, an uns. Damit wir weiterhin unsere Heimat auf dem Teller genießen. Und wir uns an einer gepflegten Landschaft, die unser Land ausmacht, erfreuen können. Und unsere Höfe Lebensgrundlage und Heimat für unsere Bauernfamilien sind. Ganz einfach. Was wäre Tirol ohne Bauern? Tiroler Jungbauernschaft Landjugend. Die Zukunft der heimischen Landwirtschaft.